Herzlich willkommen zu diesem ersten von zehn Videos zu Quizlet. Ich möchte dir in diesen hoffentlich halbwegs kurzen Videos zeigen, was Quizlet ist, wie man damit lernen kann und wie man da auch vor allem sehr viel Spaß haben kann. Ja, was ist Quizlet? Wenn man sich das hier anschauen, Quizlet ist nichts anderes letztlich als ein Online-Lernkasten mit virtuellen, künstlichen Karteikarten. Hier auf der rechten Seite habe ich hier die Webplattform von Quizlet kurz eingeblendet. Man sieht hier eine Karteikarte, hier habe ich Österreich stehen und wenn ich draufklicke, habe ich an Rückseite Wien. Wenn ich hier da unten auf den Pfeil gehe, kommt Italien. Wenn hier Rom kommt, wirst du gleich wissen, dass es hier um ein Quiz um Landeshauptstädte, Länderhauptstädte von Europa handelt. Was ist Quizlet? Wir können natürlich dann bei Wikipedia nachschauen. Es gibt hier einen englischsprachigen Beitrag bei der englischsprachigen Wikipedia oder man schaut hier gleich zur Hauptwebseite von Quizlet, nämlich quizlet.com und diese Webseite gibt es jetzt seit geraumer Zeit auch schon in deutscher Sprache. Das heißt, man versucht hier auch deutschsprachige Benutzer dann zu erreichen. Wenn ich hier heruntergehe, hier runterscrolle, sieht man mal eine Auswahl dieser Lernsets. Also es ist eine große angelegte Bandbreite von Dingen, die man da sehen kann, von Friedrich Dürmer, die Physiker, bis hin tatsächlich dann zur Informatik, aber auch natürlich vor allem, und so ist es ja entspannt, sind es dann hier die Fremdsprachen, Vokabeln, Geschichte, Psychologie, alles Mögliche. Zielgruppe sind einmal dann die Schüler. Hier auch Infos für Schüler findet man zusätzlich, wenn man damit umgehen kann, für Lehrer und dann auch noch so das, was Quizlet dann erreichen möchte, also diese Vision. Ja, was ist jetzt dieses Quizlet? Quizlet ist eine Online-Lernplattform, bei der bereits Millionen User begeistert mitmachen. Angeblich 20 Millionen Nutzer waren das 2017 in jedem Monat, die Quizlet genutzt haben. Und man kann auf diese Karteikarten, die dann eben solche Vokabeln, Formeln, Hauptstädte, Psychologie, Philosophie, Geschichte und vieles mehr enthalten, kann man eben dann mit Lernen. Man kann auf diese Karteikarten zugreifen, wenn man eben ein Smartphone, Tablet, Notebooks oder eben auf dem PC hat und dort zu Quizlet.com geht. Diese Quizze, diese Lernsätze wird das hier genannt bei Quizlet, eignen sich in idealer Weise, wenn man etwas lernen möchte, spielerisch üben möchte oder auch nur herausfinden möchte, ob man sich bei einem Thema auch dann tatsächlich auskennt. Und diese vielen verschiedenen Lernmodi ermöglichen, es einem individuell zu lernen, etwas zu beobachten, nämlich den eigenen Lernfortschritt. Und mit Quizlet Live, das ist dann das zehnte Video, das ich dann zeigen möchte, das ist eine ganz tolle Sache. Und eine spannende Sache, da kann man dann Gruppenspiele und Gruppenwettbewerbe durchführen und mit den Klassen, mit denen ich das bis jetzt gemacht habe, die man alles sehr begeistert. Wieder zurück hier zu dem Quizlet. Wenn ich hier zurückgehe, siehst du, dass man hier mehrere Möglichkeiten hat, etwas zu machen. Es gibt mehrere Mode, den Karteikartenmodus, den Lernmodus, den Schreibenmodus und so weiter. Und die schauen wir uns dann in den nächsten Videos etwa genauer an. Aber an und für sich jedes dieser Lernsätze, dieser Quiz besteht dann im Prinzip hier aus Begriffen und Definitionen. Man kann auch Fragen und Antworten dazu sagen. Und eben es gibt verschiedene Lern- und Übungsmöglichkeiten, aber auch Spielmöglichkeiten, ob man das jetzt einzeln macht oder in der Gruppe. Toll ist auch, wenn man sich dann registriert, hat, dass man dann auch einen Lernfortschritt bekommt. Registrieren heißt, sich kostenlos anmelden. Besondere Features sind zum Beispiel dieses Text-to-Speech. Wenn ich hier zum Beispiel draufklicke oder in eine Karteikarte selber hineingehe, dann könnte ich mir das dann dementsprechend dann auch dann vorsprechen lassen, was natürlich dann vor allem beim Vokabellernen dann mehr Sinn macht. Ja, besondere weitere Features ist, dass in geraumer Zeit die Webseite auch in unserer deutschen Sprache dann erhältlich ist, dass es auch Apps gibt, sowohl für Android als auch iOS. Und dass all die Eingaben und diese Übungsergebnisse, die man erzielt, ob man es jetzt am Tablet macht, ob mit einer App zum Beispiel oder auch im Browser, auf einem PC, wo auch immer, dass diese Ergebnisse alle zentral im Internet gespeichert werden. All diese Ergebnisse und all dieser Lernfortschritt wird dann dementsprechend dann gespeichert. Ja, im nächsten Video möchte ich dir dann zeichnen, wo du dieses Quizlet bekommst, nämlich für den PC natürlich und auch dann für dein Smartphone, Tablet als App nämlich und ob überhaupt Quizlet etwas kostet und wenn ja, warum und was man dann dafür bekommen würde. Gut, bis zum nächsten Video.